Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, denn heute findet kein Video in dem Sinne statt. Ich wollte euch eigentlich mitteilen, dass es tatsächlich nicht möglich war, mir heute und gestern und vorgestern die ganze Woche ein Video zu drehen, denn ich und Jerome sind aktuell alleine und haben eigentlich den Arsch voll zu tun auf gut Deutsch. Und die Arbeit geht bekanntlicherweise vor, denn damit verdienen wir unser täglich Brot und nicht mit YouTube. Aber ich möchte euch mit diesem Video eigentlich den Fahrplan für die nächsten Tage so gesehen erklären oder zumindest einmal vorstellen. Denn wir haben vor, am Sonntag dafür alternativ jetzt wirklich das letzte Reaction-Video oder vielleicht auch das vorletzte zu drehen. Wir müssen gucken, ob daraus ein ganzer Teil wird oder vielleicht doch zwei. Dafür kommt dann nächste Woche Donnerstag ein Fragt-ein-Bestatter-Video, wie Ende des Monats jetzt immer eigentlich veranschlagt oder zumindest auch gedacht. Dafür wäre es schön, wenn ihr eigentlich künftig nochmal Fragen stellt. Vielleicht nochmal in den Kommentaren hier unter diesem Video einfach nur Dinge, die ihr wissen wollt, nochmal kommentiert. Da würde ich dann dementsprechend drauf eingehen. Ansonsten gucke ich die letzten Videos durch. Ein paar Fragen habe ich ja noch parat. Und dann geht es immer so weiter. Also Reaction-Videos läuft ganz gut, das finde ich sehr, sehr gut. Es gefällt mir auch sehr gut, dass da die Meinung anscheinend doch sehr interessant ist. Ich möchte aber mit euch natürlich weiter noch die Themen, die auch hier im Bestellungshaus anfallen, behandeln. Und wenn ihr uns unterstützt nach wie vor, wäre es schön, also Daumen nach oben, die Glocke drücken, damit ihr immer die Mitteilung bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Gleichzeitig aber auch vielleicht kommentieren, liken, disliken, all was euch anfällt. Das hilft uns ungemein weiter. Danke dafür, habt einen schönen Donnerstag und wir sehen uns. Kommt gut durch den Sturm. Ciao. Scherob, sag was. Ich soll was sagen, was soll ich sagen? Warte, ich gebe dir mein Mikrofon. Jetzt. So, jetzt sage ich was. Wo ist denn hier? Also Donnerstag-Video findet nicht statt. Donnerstag-Video findet nicht statt. Wir sind alle traurig. Genau, wir sind alle traurig und deswegen Sonntag, oder wann? Deswegen Sonntag um 16 Uhr. Sonntag um 16 Uhr, alles klar. Das war der Abspann. Dann bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.